In dem Modpack Life in the Woods gibt es sogenannte Gardens. Wenn ihr den Garden quasi angekursiert habt, seht ihr das rechts unten. Also hier, so würdet ihr das dann sehen, da steht das Berry Garden. Wenn ihr darauf haut, da passiert natürlich nichts. Ja, hi und herzlichst willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es soll nur ein ganz kurzes Video werden, denn ich wurde gefragt, ob ich kurz sagen könnte, wie man denn an die jeweiligen Zutaten für die Samplages bei dem Modpack Life in the Woods für Minecraft kommen kann. Und das werde ich nur ganz kurz zeigen. Ich glaube, ich hatte da auch schon was vorbereitet. Nur ganz kurz. Und das kurz erklären, weil ich glaube, zumindest bei dem, was ich herausgefunden habe, da ist eine Wahl. Zumindest bei dem, was ich herausgefunden habe, kann man das nicht so einfach bekommen. beziehungsweise, beziehungsweise, ich hatte eine Insel gebaut, die ich leider verloren habe. Was die? Bitte lass die gehen. Ja, sehr gut. Genau. Hier kann ich euch jetzt einmal zeigen, was ich meine. Und zwar, in dem Modpack Life in the Woods gibt es sogenannte Gardens. Wenn ihr den Garden quasi angekasert habt, seht ihr das auch rechts unten. Also hier, so seht ihr das dann sehen. Da steht jetzt Berry Garden. Wenn ihr da raufhaut, passt natürlich nicht. Dann müssen wir einmal schnell Berry Garden geholen. Berry Garden, here we go. So, und dann gehen wir einmal in... So. Und zwar... Es gibt so verschiedene Gardens. Ich zeige es euch jetzt erst einmal. Also wir haben den Berry Garden, wir haben den Desert Garden, den Grass Garden, Gird Garden, ich weiß gar nicht genau, was da drin ist, oder was Gird heißt. Dann haben wir noch den Ground Garden, Herb Garden, Leafy Garden, Mushroom Garden, Stalk Garden, Textile Garden und Tropical Garden. Und ich haue jetzt einmal rauf und zeige euch hier, begeben schnell, was da drin ist. So, Berry Garden, vielleicht hat er damit gerechnet, sind Berries drin. Mit Candleberry kann man, glaube ich, ausschließlich Kerzen machen. Und mit Blackberries kann man zum Beispiel, wie in meinem vorherigen Video, was auch in der Infobox verlinkt ist, zum Beispiel Sandwiches machen, mit Berry-Marmelade, Blackberry-Marmelade. So. Dann haben wir diesen Garten hier. Das ist der Desert Garden gewesen, da kriegt man Kaktusfrucht raus, den kann ich selber noch nicht. Was ich glaube, die kann man auch essen. Was man genau mit Kaktusfrucht machen kann, weiß ich nicht. So, Grass Garden. Also, man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich noch nicht alle dieser Garten wirklich gefunden. Ich habe jetzt erstmal alle aufgestellt, damit ihr einen Überblick über die Garten habt. Also, der, was war das jetzt für ein Garten, Grass Garden, zeigt, gibt ein Bambusschut. Ich schätze mal, die kann man auch essen. Also, ich glaube, die Garten haben generell nur Nahrungsmittel drin, außer vielleicht der Textilgrad. So, das war der Gort Garden. Der hat wohl so Sachen wie Cantaloupe oder Wintersquash oder Kürbis drin. Alle Sachen, die man essen kann, wobei man die für keines der Rezepte braucht, die ich vorgestellt habe, beziehungsweise die, glaube ich, meiner Meinung nach effektiv Hungerherzen wiederherstellen. So, dann haben wir den Ground Garden. Der ist basic, da hat man zum Beispiel Peanuts drin. Danach wurde ich explizit gefragt, für Sandwiches braucht man nämlich Peanuts. Am besten findet ihr dafür einen Ground Garden, die stehen, ich glaube, in jedem Biom kann man die finden, außer in der Wüste und im Schnee, wobei, ich glaube, sogar im Schnee. Und die enthalten halt so normale Sachen, äh, Brutabak, ich weiß gerade gar nicht, was das ist, äh, Rote Beete? Nein. Dann haben wir hier Peanuts halt, Erdnüsse und Süßkartoffeln. Süßkartoffeln ist auch relativ gut, wenn man am Anfang nichts hat, weil die kann man einfach in den Ofen tun, aber auch einen, der ein bisschen was heilt. So, das war das jetzt Harvest Garden. Genau, da haben wir hier einmal Ginger, Mustard Seeds, Spice Leaves. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die man, ähm, für Rezepte braucht, die man nicht so essen kann. So, der Leafy Garden beinhaltet, ja, Artischocken, das sind Sellerie und sowas, das sind, ähm, das sind auch so Zutaten, die man auch so essen könnte. Aber die man auch natürlich, wie bei allen Sachen in diesem Text, äh, Text Shop, ich sag' ich schon, Mod Pack, ja, verarbeiten sollte. Der Mushroom Garden enthält Pilze, ganz normal, mit dem kann man natürlich wieder Pilzsuppen machen und was auch immer. Stalkern kenne ich selber noch gar nicht, ah, doch, kenne ich. Da sind auch, äh, zum Beispiel Bohnen, Sojabohnen, mit Sojabohnen kann man Tofu herstellen, wie, weiß ich leider noch nicht. Guck mal, da entsteht auch ein God Garden, sehe ich gerade. Ähm, genau, das sind auch so normale Gartenzutaten, die man am besten anpflanzt. Und dann, und dann, weiterverarbeitet. Der Textilgarten enthält eigentlich nur Baumwolle, die könnt ihr auch anpflanzen, wozu man Baumwolle braucht, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, damit kann man irgendwann Wolle herstellen, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. So, der Tropical Garden beinhaltet tropische Früchte, Kiwi zum Beispiel, Melone, was war da, Grapefruit. Ähm, ja, ich meine, ähm, mit den Sachen, die ich jetzt ja auf jeden Fall im Inventar bekommen habe, ins Inventarbegut bekommen habe, kann man, äh, ähm, auch Sandwiches mitmachen. Sandwiches sind ja meiner Meinung nach das Beste mit Essen. Ähm, ja, also mit den Sachen könnte man Marmelade machen und die dann immer mit Sandwiches verarbeiten. So, der letzte Garten, den ich eben übersehen habe, ist der Water Garden, da haben wir ihn, was da drin ist. Ah, Raw Snail und Raw Frog. Ja, ich schätze mal, oh, ein rotes Nischchen. Ein Roaster, alles klar. Ähm, ähm, ich schätze mal, die kann man auch braten und dann hat man Fleisch. Wobei ich nicht weiß, wie viele die heilen, habe ich noch nicht ausprobiert. plug natürlich eine Bl Pedro Ven composition, weil man Sie mal sieht haben. Die weiß, was aber groblig Equipment ist, immerhin ein Dreiviertel. Also bei der linken Seite habe ich noch irgendein Objekt Einin complicatete Profiform gek hydro&zulssen Das ist bei Windows auch in den meisten Fällen die Taste über STRG oder über FN, je nachdem ihr eure Tastatur angeordnet habt. So, ich würde sagen, das war's. Zu guter Letzt. Jetzt wollen wir noch eine Wahl, finde ich, weil ich die Viecher mag. Komm, spawne dich wohl hier. Und das ist deine Wahl. Gut, oder? So, dann würde ich sagen, das war's erst mal von diesem Video. Screenshot direkt. Oh, er stirbt. Das war's erst mal von diesem Video. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen, die zwar mein erstes Video gesehen haben, aber nicht wussten, wie sie an die Zutaten kommen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Horns Rhyme bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.